Hallo Leute, Herzlich Willkommen bei mir, Donabatmücki und wir sind hier bei der Garanwacht im Gebiets Gosklen, hier hinten bei dem Dungeon Garanfeste in der Nähe von Gorbach und hier haben wir den Dungeon, wo wir den Aspekt des schrecklichen Wirbelwinds bekommen, das ist für unseren Wirbelbab und ich möchte euch gerne zeigen, wie das funktioniert, wenn ihr Bock habt, lasst doch ein Abo da oder einen Follower, es kostet euch absolut nichts und ihr unterstützt uns damit und wenn ihr schon dabei seid, guckt doch mal bei unserer Komödie, rein, da haben wir immer gerne Abstimmungen, vielleicht findet ihr was, was euch gefällt und ja, auch unser Kanal auf Twitch ist Donabudys, da könnt ihr auch relativ viel sehen, das streamen wir teilweise am Wochenende öfters mal, ja, würden wir uns auf jeden Fall freuen. So, wir müssen hier wieder drei Götze zerstören. Ihr seht, dass es nicht wirklich schwer ist, mit unserem Troiden, wir spielen fünfmal Resilien, weil er einfach Spaß macht. Also, wir müssen hier sehen, dass wir vielleicht nicht alle geben, beanspringen, das sehr, warum wir auf jeden Fallton über �uming. So, ich sage, der Bis zum grey ist und ich würde vor allem sehen, wenn wir sie für diese Zeit gelungen advent Mentaten aufzule �쳤ören, so haben wir obsessed damit, wenn es so과 curve geht. Was heißt, ihr macht alles so lange, wenn sie mich äใหeren, ist es nicht un hearts range aurait망ью呢. Das war's für heute. Das war's für heute. So, unser erster war platt, müssen wir noch zwei finden. Weiter. 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 So, den letzten noch finden, dann geht's weiter. Oh. 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 dann haben wir die jetzt wieder zurück also es muss unbedingt mal ein pet kommt dass die ganzen sache 1 damit das wäre echt mal vom vorteil weil so viel gold wie man hier liegen lässt weil einfach die reichweite zu lange ist also so kurz ist schon blöd Schon erledigt. Die ganzen Horden zerstückelt. Geil. Wir müssen uns jetzt hier den Schlüssel von Demi holen. Und dann gehts weiter. Und jetzt dürfen wir den Geisterrufen der Flamme zerschlagen. Das ist gar keine Schwierigkeit. Somit haben wir den Aspekt des schrecklichen Wirbels freigeschaltet. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschau Leute.